Ganz bisschen, ganz bisschen. Kolejka,asta mine spade, Zinktare, Mb. In this place, And I'm going to get off. All right wait, I came on, I am going to go above the corner. Then I am going to go to the corner. All right, If we are fighting, we should go to the corner. Get out of the corner, we are seeing you. see you, I am going to go, let's go. I am going to 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 go. 25 Meter Die Skyliner, der höchste aktive Aussichtsturm der Welt. Nun präsentiert er sich zum ersten Mal beim Marschsee-Fest und wird in dieser Zeit zum Marschsee-Skyliner. Wie Sie gleich sehen, bietet die 60 Personen passende Gondel nicht nur einen unvergleichlichen Weg über das Fest und den See, sondern auch über die niedersächsische Landeshauptstadt und Teile der Region Hannover mit ihrer über ein Millionen Einwohnern. Die Skyliner, der sich in den nächsten Mal beim Marschsee-Fest und der sich in den nächsten Mal beim Marschsee-Fest. Die Skyliner, der sich in den nächsten Mal beim Marschsee-Fest. Die Skyliner! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 unserer Reise erreicht. Im Namen der gesamten Crew möchte ich Ihnen sagen, dass Sie interessieren die volljährigen Befugungen. Oder lassen Sie keine Weltgegenstände an Bord. Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit auf dem Marschsee-Fest und bedanken uns für Ihren Besuch. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit dem City-Scalina gefallen hat und freuen uns über einen kräftigen Applaus. Das ist so großartig, so großartig ist, so großartig ist.